Liebe Töblitzer Bürger, liebe Sportfreunde, wir, der Vorstand der SG Töblitz, besonders im Namen von Petra und meiner Person, wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Stunden im Kreise der Familie und einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Wir haben viel erreicht im Jahr 2015 und wir hoffen, dass wir auch im Jahr 2016 super Feiern auf dem Sportplatz haben, erfolgreiche Sportveranstaltungen und dass wir euch alle wiedersehen. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.